Man kann es vielleicht nicht von überall erkennen, aber hier gibt es schon ordentlich Blutspritzer drauf und da fühlt sich natürlich auch unser Referee dazu berufen, diesen sauber zu halten. Wir kommen nämlich zum nächsten Kampf, ein MMA-Fight, auf drei Runden auf fünf Minuten angesetzt. Aus Kroatien, unser Debutant Mario Jakartic. Aus Kroatien 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mario Czakatic ihm gegenüber vom MT Gym 23 Agron Smakichi GmbH GmbH Ich bin immer noch nicht mehr über mich, es ist ein neues Erinnerungssystem. Aber ich bin immer noch ein Survivor, ich bin immer noch ein Stil, aber ich bin immer noch ein Stil. Aber ich bin immer noch ein Stil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sah aus, als wäre es auf die Schläfe gegangen. Da muss der Ringerarzt gleich mal drüber schauen. Das war ein harter Niederschlag. Er wackelt noch. Er wackelt noch. Da muss er gleich mal gucken. Aber die besseren Boxing-Skills bei Agron, Smaki-Chi. Und das war ebenfalls ein schnelles Ende. First-Round-Cow. Der Ringerarzt. Der Ringerarzt. Der Ringerarzt. Der Ringerarzt. Er ist gespftet. Er ist gespftet. Musik Musik Beide Kämpfer bitte in die Oktagon Mitte Ein weiterer Kampf, der vorzeitig zu Ende ging Spektakulär, wie ich finde Ich hoffe für euch ebenfalls Gewinner durch K.O. In der Runde der A.G.O. Smagichi Musik 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 Woh! Untertitelung des ZDF, 2020